Herzlich Willkommen meine lieben Zuschauer und schön dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich muss schon jetzt wieder lang am Anfang der Folge, weil ich schon so viel Miste gebaut habe in GTA. Jo, schön dass ihr wieder reingeschaltet habt, eine Jagdmich-Folge und zwar in diesem wunderbaren Juggernaut mit dem echt krassen Panzer von Foxtrot Delta. Die letzten zwei Tage gab es bei mir keine Let's Play Videos, das liegt daran, dass ich zur Zeit sehr involviert bin im GTA Network Server von Infinity Relive oder Infminus Relive.de. Ihr habt die letzten zwei Videos gesehen, ich möchte mich nur mal kurz für die Audioqualität entschuldigen, das war so nicht geplant, konnte ich aber nicht mehr fixen. Ansonsten noch eine kleine Info Leute, ich arbeite mit Playcome Sharp, wie ihr ihn aus dem Nystream kennt, zusammen an einem Prop Hunt Mod. Kennt man vielleicht von Garry's Mod oder CSGO, Prop Hunt ist auch unser heutiges Hashtag, Hashtag Prop Hunt in die Kommentare. Ihr kennt das Gewinnspiel, wir wollen euch nicht mehr erklären, das heißt Gewinnspiel, aber ihr kommt dann in ein Video, wenn euer Hashtag-Kommentar 200 Likes bekommt. Total simpel und heute werden wir wieder hart eskalieren in Jagdmich mit, ja, diesem Juggernaut Skin, dem Minigun und dem Panzer. Ich freue mich, ich habe gute Laune, ich hoffe ja auch, wünsche euch gute Unterhaltung und Intro ab Leute, ja, und dann geht es hier richtig los mit dem Panzer. Der hat übrigens so krasse Kanonen, oh Gott, ihr seht es gleich, ab geht die Post. Wir rollen durch die Stadt Leute, ohne Baustelle. Na, das tut mir aber leid, oh, entschuldigt bitte. Das tut mir jetzt aber wirklich leid hier. Oh nein, und dann auch diese Zivilisten hier immer, die im Weg stehen. Ich habe ja gerade gesagt, es gibt verschiedene Sachen, mit denen man schießen kann, passt mal auf. Wir haben einmal diese Minigun, absoluter Hammer. Dann durchschalten, Raketen. Und das Panzergeschütz für den Hasen. Wie awesome, oh, Brutzelhase. Wie awesome ist dieses Ding hier. So, wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend. Es scheint hier keine Sau zu interessieren, wenn der reifende Panzer durch die Stadt fährt. Das, äh, die Innensicht von dem Kanonenrohr ist ein bisschen, wow, wow, wow. Ein bisschen übel. Die werden wir wahrscheinlich nicht nehmen. Und, guten Tag. Lass uns ein bisschen auf die Seite gehen hier. Ich habe hier gerade aber was Wichtiges zu tun. Ich freue mich schon drauf, wenn so ein Sheriff Department hier vorbeigeschusst kommt. Ich schaue mal ganz kurz nochmal in meinen Trainer, Leute. Was läuft denn da vorne? War das ein Motorrad? Ich schaue mal kurz unter Options. Gravity, Never Wanted. Also eigentlich, ich habe nämlich gerade überlegt, dass ich irgendwie vielleicht, ähm, unbesiegbar bin. Oder die Cops mich nicht handen oder so. Aber hier draußen, ich bin wirklich gerade im Arsch der Welt. Wo bin ich denn? Galileo Road. Great Chapel. Leute, wenn ihr irgendwas... Ach du Hase! Oh, Glück gehabt. Wenn ihr irgendwas machen wollt oder mal ein bisschen eskalieren wollt in GTA. Ich sage euch, here is the place to be. So, wir fahren hier mal da runter. Awesome! Wie geil war der Sprung. Und den da vorne kriegen wir, oder? Kriegen wir den? Bam! Ah, fährt auch einfach weiter, als wäre es nichts gewesen. So, nice. Ah, guck mal, Sternchen, Leute. Here we go. Im Übrigen werde ich die nächsten Jagd mich folgen, die ich alleine mache. Natürlich jagt mich, nicht jagt uns. Mit Militärfahrzeugen machen. Wurde oft gewünscht. Und das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr euch spezielle Fahrzeuge wünscht. Es gibt ja die chinesischen Fahrzeuge. Es gibt amerikanische, russische, auch von der NATO und so weiter. Könnt ihr mir auf jeden Fall alles gerne in die Kommentare schreiben. Ich suche die Fahrzeuge raus. Und werde auch die Leute, wenn sie sich ein Fahrzeug gewünscht haben, sagen wir mal, wenn wir zehn Leute zusammen einmal sich dasselbe Fahrzeuge wünschen, dann werde ich das mal in der Folge zeigen. Oh, guck mal hier, die Kops, hallo, blablabla, weg von euch. Und draufschießen, Ralf. Oh, schnell. Nice. Ich spiele, wie ihr sehen könnt, im Setting mit den deutschen Polizeifahrzeugen. Auch die deutschen Sirenen. Ich dachte, das passt ganz gut. Verpisst euch. Das Schöne ist, wir nehmen mal kurz das Maschinengewehr. Das macht auch Spaß. Oh, da liegen Leichen. Wo kommt ihr denn her? Wer hat euch denn eingeladen? So, ach, hallo. Minigun. Bam, 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 boom. Burn, baby, burn. Dieser Panzer hier fährt sich so ein bisschen wie ein Skateboard. Oh. Na genau. Und schon am Bordstand hängen geblieben. Kennen wir. Oh, 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 oh. Skateboard. Nein, nein, nein. Boah, das war knapp. Habt ihr es gesehen? Nein, Ralf, raus, raus, raus. Er hat sich den Panzer kann wahrscheinlich nur sowas wirklich aufhalten. Und es sind so Unebenheiten in der Map. Nicht wirklich irgendwelche Fahrzeuge. Was macht der? Habt ihr es gesehen? Der ist einfach ausgestiegen. Wer hat der Vater? Hay und Natz, Alter. Da, weg mit dir. So, Achtung, Helikopter, Leute. Oh, die Helikopter können uns auf den Sack gehen. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Nein, das Geschütz kann den Winkel nicht so schnell, nicht so steil nach oben setzen. Gucken, aber die Raketen haben wahrscheinlich keinen Lock, ne? Ah, nochmal, nochmal, nochmal. Ein Stück zurückfahren. So ein Helikopter. Oh, zwei sogar. Oh, das war knapp, Alter. Das war knapp. So, weg mit den Fahrzeugen hier. Irgendwas klebt mir da vorne rechts. Irgendwas ist doch hier. Ich hab doch, ah, okay. Wow. Was, Leute? Weg mit euch. Ach, kommt schon. Ach, guck mal. Der Video, der gibt es ja auch noch. Aber das ist der Video. Oh, habt ihr es gerade gesehen, wie der rausgeflogen ist? Oh, so, ey. Also, dieses Fahrzeug davor macht mich auch irgendwie nervös, ey. Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Und einmal drüber, bitte. Mann, dieses Geschütz, ey. Weißt du, was wir da machen? Wir gehen mal um, konventionelle Wege. Ach, komm mal hinter mir fährt ein Auto her. War nicht schlecht. Hallo. Also, ich fahre immer in diese Rinnen rein. Ihr seht ihr das? Oh, runter da rein. Wo es nicht da hängen bleiben. Fuck. So, und zwar. Das ist der Plan folgende. Gucken, ob ich das überlebe. Okay. Ja, genau. So ähnlich hätte ich mir das vorgestellt. Ich stelle mich irgendwann eine Schräge. Weil hier unten gibt es viele solche Schrägen. Und schaue, ob ich hier mal... Ah, okay, Leute. Plan B. Plan B, sieht so aus. Mini Gun. Nice. Verpisst euch die Scheiße, Helicopter. So, dann hätten wir es auch erledigt. Ah, komm, wir sind ein Typ. Ah, geh rein. Ah, nein, ist doch schon. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich weiter Panzer hier durchs Wasser fahren kann. Wenn wir ein bisschen durch die Pumpe fahren. Ah, jetzt habe ich wieder zwei Helikopter am Arsch. Ey, ist doch nicht dein Ernst, oder? Gerade eben habe ich sie weghauen. Jetzt habe ich schon wieder zwei Helikopter am Arsch. Aber wir sind bei fünf Sternen angekommen. Sehr schön. Kriegen wir hin. Hoch, komm, rein. Deine Hintern. Schneller, schneller, schneller. Schieben, schieben. Das sollte aber ein bisschen abnehmen. Merke ich gerade. So lang. Oh, nein. Ich bin mir gegen den Baum gefahren. Oh, oh, woher ich den. Nein, oh Gott. Oh, nein, Leute. Ich hänge irgendwo fest. Ah, okay, alles gut. Nein, die Bäume. Die fucking Bäume. Oh Gott, was hätte passiert? Habe ich gerade das gesehen? What the fuck? Die Bäume sind gerade echt schwieriger. Also heilt mich mehr auf als die Polizei. Oh, shit. Könnte man hier auf die Seite gehen. Hier bist du auch mit dem Geschütze, die Fahrzeuge, die gehen zu schleudern. Alle auf die Seite, bitte. Du auch, weg da. Ah, guck mal. Der Helikopter traut sich oder was? Hier ist ja noch ein paar mal für die Fahrzeuge. Nein, auch brennig. Sieht so aus, ne? Irgendwie habe ich da hin. Boah, Feuer am Start. Rip Reif. Aber mich gut gehalten bis jetzt. So, da, lo. Guck mal, wer da ist. Der Reif in der Stadt. Wird auch mal Zeit, dass wir mit dem Panzer ein bisschen durch die Stadt fahren. Ich glaube, ich muss hier gar nicht schießen. Ich glaube, hier ist aktuell gerade nur Fahren angesagt. Wo sind denn viele Fahrzeuge hier? Wir fahren einfach mal ein bisschen drauf rum. Auf den Fahrzeugen. Oh, Cabrios. Uh, ich glaube, das hat ja nicht gut getan. Ich glaube, die Person hier in dem Auto hat ein bisschen Probleme. Oh, die shit. Das Polizei hat das kurz erlegt. Nein, 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 wir würden gleich. Genau, schreit und bam. Oh, ho, 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 ho. Nice Job, Ralf. Nice Job, ey. Ja, die, das sind geht schon echt krass auf dem Teil hier drauf. Das macht richtig Spaß mit rumzuballern. Hallo Oh nein, wie bin ich denn schon wieder drauf gegangen Dammit Das war jetzt unerwartet Keine Ahnung, wie das passiert Wahrscheinlich bin ich verbrannt Ich möchte euch natürlich auch nochmal den Desert Skin zeigen Das finde ich passt auch sehr, sehr gut in das Spiel Das Fahrzeug ist im Übrigen ein Add-on-Pad Von Foxtrot Delta, wie ihr sehen könnt, steht da drauf Und hat fünf verschiedene Skins Wir haben jetzt zweimal den Green Screen benutzt Und jetzt, also nicht den Green Screen, den Green Skin Achtung Und jetzt sind wir mal im Desert Camo Look unterwegs Finde ich, sieht auch fucking episch aus Und werden hier mal ein bisschen meinen Spaß haben Also ich hoffe natürlich, dass wir Oh, guck mal der Zug, kann ich den Zug stoppen, Leute? Oh nein, ich wurde von der Betonbarriere gestoppt Oh, 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 komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas Und Oh, 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 nein, ich komm nicht hoch Okay, wir haben eine Aufgabe, Leute Wir haben eine Aufgabe, Panzer vs. Train, Mann Oh Gott, ich komm hier nicht rechtzeitig hoch Hey, ah Gott, diese Büsche Ah, diese GTA bestellt, ich könnte kotzen Verpiss dich Weg mit dir Ich hab keine Zeit, weil ich muss den Zug aufhalten Aber schön, wie wir hier in den Sonnenuntergang fahren Müsste der Sonnenuntergang sein, oder? Schöne drei Sterne weg da bitte Ich muss den Zug stoppen Kann ich nichts zu tun Ich muss mir kurz die Verzeih aus dem Weg räumen Oh, da vorne ist mir ganz beinah knapp geworden Gucken wir die Kopf da drüber rasen Habt ihr das gesehen? Mit dem Fahrerübergang So Leute, jetzt aber Einmal nach links rüber ziehen In 3, 2, 1 Und Oh Gott, ich schaff's nicht Ich schaff's nicht Nein, ich bin schon wieder zu langsam Oh Das kann ein bisschen dauern Schubs nicht mehr an, bitte Genau, kommt's Komm mal, komm mal Ah, jetzt hab ich aber Pass mal auf, jetzt hab ich Glück Und Und Oh, 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 oh Vielleicht mit meinem Panzerrohr Komm schon Komm schon Oh, 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 oh Nein, das sieht nicht gut aus Oh Oh Kommt ja die ganzen Kopf jetzt auf einmal Verpässt euch bitte mal Alle Das ist keine Zeitfeuern Scheiß hier Und wir haben wieder Helikopter Schade Das ist mit dem Zug Ich glaube, es gibt Zögern im Mod Wo mir den Zug entgleisen Lassen kann Ich bin mir nicht ganz sicher Dann muss ich mal ausprobieren Und wie viel Sterne habe ich 4 Na, das ging mal wieder schnell, ey Typisch jagt mich Folge Viel Action, viel Ballerei Und wie gesagt Ich werde gerne mit dem Wow Habt ihr gesehen Hier der Kopf gerade Gegen diese Oh, warte mal Das war dann eine schöne Rampe Hier Das hatte doch extra Von mich dahin gebaut Fahren wir nochmal hoch Ups Bein habe ich auf dem Zug Landet Sorry, Jungs Aber ich muss ich wegverlangen Aber auf die Seite Bitte hier Raus mit euch Und immer schön drüber In den Sonnenuntergang Ja, oh nein Ich brenne heute Oh, oh, oh Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier Oh, aber, 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 aber Render, 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 Render Und damit Nein, 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 nein Mini Gun Nein, ich bin tot Danke fürs reingucken Lasst einen Daumen damit Es sich gefallen hat Ich bin draußen Checkt auch die Endcard Würde mich freuen Bis bald 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 Vielen Dank.